Die Tintenfische Grüße! So! Boah, die Tintenfische! Was ist mit denen los? Weil die so rot schauen Hm, vielleicht killt die sich gegenseitig? Ach, sind da Monster an der Unterwasser oder was? Ja Mal schauen Der hier? Dann hab ich nicht die Monster aus, Moment Einfach Hm No, aber echt So Ja So, wir könnten ja heute eigentlich mal hier das Feld anpflanzen Ich brauch bloß mal den Samen, das Dach Wollte ich auch noch ein bisschen schöner machen Da muss ich aber mal gucken, wie viel Ich hier noch Holz haben wir noch hier Moment, irgendwie passt das hier mit der Mit den Don Ne, passt schon eigentlich Hm, wieso? Also, ich mach mal hier und zwar zack und zack Und dann noch die Samen Oh, ein und reißes Stück Na, guck da mal hin hier Ich wollte nämlich hier auf dem Dach das noch ein bisschen schön verzieren Ähm Mit Treppen halt, ne, so außenrum oder irgendwie, muss ich mal gucken So 24 Könnte vielleicht Langen, schauen wir mal Guck, muss ich durch die Türe durch Oh ne, jetzt wird's zu dunkel Sehen wir doch nichts, wo wir arbeiten hier Was ist denn? Es wird doch dunkel Und? Och, was ist denn? Jetzt, äh, jetzt, äh So, voila Gestern hat's in 500 Metern Ja, noch mal geschneit Man wird's kaum glauben Man wird's kaum glauben Also, wir waren jetzt nicht dabei betroffen Aber Manche schon Stellt euch das mal vor, ey So, und zwar machen wir das so Guck, wie wird die Geräusche heute hier Irgendwie Ach, wer wär's so Ach, Mann, ich will das doch hier so machen Ach, ne, da muss ich jetzt wieder runter, oder was? Hallo! Mua! Meno, ich wollte das noch ein bisschen verschönern hier Ach, sch... So... So... Ja, jetzt passt's mit der Musik Aber irgendwie ist das mit den Tonen heute irgendwie... Weiß nicht... So, ich wollte das hier so haben... Ach, Meno... Ist nicht der Bau da heute, wa? Aber jetzt... Ja, jedenfalls... So, oder was? Ja... Ja... Da geh ich da drüben drauf Hier vielleicht... Genau... Und dann machen wir das so, oder wie, oder was? Oder doch so... Oder doch so... Oder wieder weg... Oder wieder weg... Moment, hier hab ich denn das hier drüben jetzt gemacht... Ach, so, ja... Hm... Ach, Gott, ne... Moment, ich hab das für eine Idee, aber... Da hab ich hier dann noch ein Loch... Oder? Ach, ne, geht... So... Und dann... So... Oder was? Oder wie? So... Naja... So... In etwa... Hab ich das irgendwie mir gedacht jetzt hier? Irgendwie... Naja, gut... Das ist jetzt nicht so das wahre vom Ei, ne? Ach... Ah je... Und wieder verbaut... Und... Bitte hier lang gehen... Hm... Mensch, warum geht denn das jetzt nicht? Ach, das ist jetzt aber ärgerlich... Wie sieht das aus von beiden? Pff... Ist auch nicht... Irgendwie hier, oder? Hm... Drogenmelz... Ne, das gefällt mir nicht wirklich... Ich weiß nicht... Ich wollte das anders haben irgendwie... Aber okay... Ne, das machen wir wieder weg... Ich mach das wieder weg... Ich mach das wieder weg... Das machen wir wieder weg hier... Das können wir lassen hier... Aber... Ich finde das mit diesen Holzen schön... Hm... Na gut, dann kann man trotzdem hier die... So eine Fackel... Da machen wir halt... Da machen wir das halt so ein bisschen... Kunst... Ein bisschen Kunst... Ein bisschen Kunst... Ein bisschen Kunst... Muss auch mal sein... Ein bisschen Kunst... Muss auch mal sein... Komm, jetzt geh doch mal daher... Ob... Und zack... Ach nee... Nee... So nicht hier... Gott, nee... Ach, das ist sehr ärgerlich... Also da hab ich mir jetzt aber was Blödes vorgenommen... Du... Ohne Scheiß... Das lass ich mal... So, das mach ich wieder weg hier... Ach, was sieht's denn hier aus... Was ist denn das für ein Kackstift da vorne... Na, das gehört glaube ich so... Muss ich halt jetzt immer so ein Ding hin basteln hier... Ui... So, zack... Und dann machen wir das hier gleich weg hier... Eins, ne... Und dann tun wir eins drauf... Und dann machen wir noch eine Fackel drauf... So, dann machen wir das halt so... Ist ein bisschen... Ein Kunstwerk... Aua... Dann hierher... Hätt ich vielleicht noch Leiter nehmen sollen, wa... Obwohl leider ab und auf... Das ist eigentlich dasselbe mit dem Gebäude hier, ne... So... Und wieder runter... Ja... Jawoll... Und wieder hoch... Und zwar hier... Oh... Ach, sag mal... Ist denn das heute los? Wieder... Ist denn das heute wieder los? Und runter bitte... Ach, sag mal... Pfff... Ach so... Gib's gleich auf hier... Ich geb's gleich auf... Mensch... Ne... Ich geb's nicht auf... Wir geben hier nicht auf... Wir sind die Bauer... Die Bauer... Bauer... Zack... So... Und wieder runter... Halt... Ich hab vergessen diese Erde abzubauen... Bitte nehmen Sie diese Erde mit... Kann man immer wieder gebrauchen diese Erde... So... Gott, jetzt hab ich schon 10 Minuten für diesen alten Dachbauer mir hier... ...verschwendet... So... Bitte nehmen Sie diese Erde wieder mit... So... Nächstes... Häufchen... Wegmachen hier... So... Naja... Ist jetzt nicht das, was ich wollte, aber irgendwie... Ist das jetzt auch nicht so schlimm... So... Puh... So... Jawohl... Habe ich jetzt eigentlich überall die Fackeln... Ja... Es tut überall rausfungeln... Okay... Eigentlich wollte ich ja das dann noch so... Und die hätte ich ja dann noch heuer gemusst... Ja... Das hätte jetzt noch länger gedauert... Das hätte jetzt noch länger gedauert... Habe ich jetzt keinen Bock... So... Wie sieht das jetzt aus vom Weiden überhaupt... Hm... Hm... Auf alle Fälle erkennt man das Haus wieder vom Weiden... So... Irgendwo noch... Was rumliegen hier... So... Ne... So... Dann wäre ich hier schon mal... Äh... Den Samen anpflanzen... Da kann das nämlich hier schon mal ein bisschen wachsen... Ach... Ich schätze das jetzt... Oh... Jetzt habe ich gar keine Leidern... Äh... Wie heißt denn das... Ähm... Zäune dabei... Oh man... Da muss ich mal rein hier... Und das wird wieder dunkel... So... Jetzt ist die große Frage wieder... Wie waren denn diese Zäune... Hihihi... Ähm... Ach... Ach... Voila... Ich wusste doch... Wow... Ich habe mir da wegen mal noch was gemerkt... Ey... Es ist schon manchmal ganz erstaunlich... Es ist schon sehr vergesslich... Ich bin nicht... Zack... So... Dann kriegen wir auch noch was raus hier... Ha... Okay... 16 wird nicht lang... Dann machen wir gleich noch ein paar... Ha... Zack... Na geh her... So... Och... Es ist schön... Egal... Da hat's gut... Da liegt auf dem Fensterbrett... Macht's... Nicola... So... Jetzt müsst ihr euch überlegen... Wie ging das Do... Hier... Jetzt wieder... Oh... So... Im Brennofen... Weil... Wir wollen ja die Fackeln... Ne... So... Könnte erst mal lang... Ne... Wenn ich Bock habe... Immer mal ein bisschen was baue... Und dann... Äh... Das vielleicht dann so wie ein Let's Show oder so... Mal gucken... Wie ich Bock habe, wa... Ja... Ich finde das halt... Ähm... Manchmal echt... Äh... Man schafft... Wenig in einer Folge halt... Ne... Das ist das Problem... Ich bin eigentlich... Äh... Ich meine... Ich hab's ja nicht eilig... Ich bin ja nicht... Ich bin ja nicht auf der Flucht... Kann man sagen... Muss ich mal schauen... Wie ich Lust habe... Ihr könnt ja auch mal einen Kommentar schreiben... Wie ihr das gerne hättet... Ähm... Also ob ich jetzt... Ein bisschen was... Ähm... Machen soll schon... Und dann halt mal bei Gelegenheit... Mit... Diesen zeigen... Und dann noch ein bisschen was bauen... Oder so... Mal schauen... Weil... So eine Lodge-Folge... Hab ich mir gedacht... Das werde ich noch einmal im Monat machen... Weil das dauert schon echt lang... Ehe die immer hoch fährt... Und ähm... Das Projekt gerendet wird... Da werde ich das dann vielleicht... Oh... Jetzt will meine Samen alle... So machen... Uh... So... Dann machen wir hier noch... Äh... Hab ich jetzt da... Ja... Da noch außen hier... Den Samen... Ach... Ich könnte der Himmel noch ein wenig Samen... Ergattern... Hehehe... Komm... Ich hole mal schnell ein wenig Samen... Hier drüben... Dann werden wir schauen... Wie ich es mache... Ne... Ihr wisst ja... Es wird langsam wärmer hausen... Und... So... Hat man ja auch noch mal so viel Zeit... Ja gut... Manche haben ja viel Zeit... Habe ich letztens schon bei irgendeinem Video erzählt... Ich bin da aber lieber in der Natur... Als hier am am PC... Da kann man mich hier ein paar... Cockies machen... Wie kann man umgehen das jetzt nicht? Ach... Das sind ja schon die Kakaobohnen... Alles klar... Ist ja gut... Ist ja gut... Mir fiel es ein... Wir können ja das die... Nicht anpflanzen... Ne... Oder... Ne... Eigentlich nicht... Das musste ja... Ähm... Ja... Muss ich ja dann mit... Weizen... Ne... Jo... So halt... So dann mache ich das hier noch weg... Und dann gehe ich halt mal hier um diesen riesen... Rieses... Riesen... Riesen... Riesenprojekt... Diesen Zaunzimmern hier... So kann man eigentlich von hier anfangen... Ne... Hmm... Hmm... Das Wasser mit einbeziehen... War... Oh... Schön... Nicht schlecht... Auch nicht schlecht... Ne... Zack... Bitte hier raus... Mal... Ne... Das ist mir zu blöd... Oder war das mal... Gefällt mir grad nicht so ganz... Okay, mal gut. Das muss man halt so lassen, das erste Mal, war. Irgendwie, so das sind dann hier 1, 2er. 1, 2er, machen wir das hier drüben auch so. 1 und 2er. So. Uh. Jo, als nächstes, wenn ich jetzt dann hier wieder aufnehme, kommt Hardcore und dann kommt W.U.W. und dann wieder Skyblock, neues Projekt und so weiter und so fort. Und wie gesagt, einmal im Monat, ich denke mal so den 15. vielleicht, werde ich mal schauen, ob ich das immer schaffe, 15. Da werde ich vielleicht immer so eine extra large Folge machen. Hab ich mir so gedacht, ne? Na, gucken wir mal, wie sich das alles so gibt. Gell? Ich mein, hu. Wir haben ja Zeit. Bis zur Rente. Pfff. So, also echt ein riesen, riesen Formanlage hier. Kann man schon sagen. Da hab ich jetzt hier schon, ne, hab ich noch nicht, da. Typisch, typisch, typisch Gras. Typisch Gras. Komm, geh weg, du blödes Gras hier. So, ich muss dann auch das Do noch wohin basteln. Dann, vielleicht da noch eins und da noch eins und hier das Do mal im Angriff nehmen und so vielleicht. Ja, dann machen wir das so und dann doch so. Schön, da haben wir's doch schon. Kann man hier drin rumtrampeln. Ich mach aber trotzdem ein bisschen Licht hier noch drauf. Weil das die, uh, die ihre vielleicht ein bisschen fernhalten tut. Ne, ein bisschen vielleicht. Mal schauen. So. Jawohl. Okay, jetzt haben wir's doch fast schon wieder. Da lassen wir das alles schön wachsen hier. Gut, das Dach ist jetzt einigermaßen Okay. Schöne Bäume. So, als nächstes muss ich mal schauen, was ich da baue. Also eine riesen Form haben wir auf alle Fälle schon mal. Da kann man nicht meckern. So, vielleicht so ein Getreidesilo oder sowas. Ja, das wäre eine Idee. Ein Getreidesilo. Dass man da kann man vielleicht schon nebendran machen, wa? Ähm. Den Weizen dann halt reintun. In die Hütte. Vielleicht rund. Ich, ne, rund krieg ich es nicht. Aber eckig, eckig ist ja klar, ne? Eckig. Jetzt machen wir das irgendwie hier so daneben. Mal gucken, wa? Mal gucken. Gut, dann, äh. Ähm. Ja, oh, nicht schlecht, wenn ich mal ein bisschen, wie heißen die, Kakteen finden würde. Meißand hätte ich da. Könnte ich das alles ein bisschen hier hübsch machen halt. Ach, guck mal. Es wächst schon schön. Und ich hab schon wieder fünfmal so einen tollen Samen hier. Mei, ist das schön. Da kann ich doch glatt mal was draufhauen hier, wa? Zack. Na, wachs dann mal, ne? Okay. Dann würde ich sagen, ich schließe hier das Door. Begebe mich in meine Hütte hier drüben. Schön. Schwuppdiwupp. Hm, warte mal. Hm, interessant. Pff. Intu-Shot. Zwei Eingänge. Ähm, ja, und dann machen wir das nächste Mal weiter. Ich überlege mir derweil mal was Schönes noch. Nö? Oh, na. Na. Also, das mit dem Knopf ist nicht so gut. Und dann sehen wir weiter. Also, eventuell dann das Getreide-Silo das nächste Mal, ne? So, das hau ich hier rein. Okay. Dann haben wir doch schon gut hier, ähm, gesammelt, ne? Nicht schlecht. Spächt. Also, denn, äh, Tschüssle, bis zum nächsten Mal.